Es ist der dritte Planet im Sonnensystem. Eine kleine Kugel, die sich durch den Augenblick dreht. Ein bemerkenswerter Ort, der so freundlich war, genau die richtigen Elemente bereitzuhalten, um ein Phänomen namens Leben möglich zu machen. Jedes Geschöpf ist genauso einzigartig wie diese Welt, die wir als Heimat bezeichnen. Und ein Tag beginnt für alle auf die gleiche Weise. Vielleicht kommt ihr dann, mit der Wärme eines Sonnenstrahls oder der Freundlichkeit eines Fremden in den Sinn, dass ein einzelnes Leben so viele andere berührt. Und nun beginnst du zu sehen, dass alle Dinge verknüpft sind, wie das Blut, das eine Familie verbindet. Und du erkennst, dass das Netz des Lebens nicht vom Menschen geknüpft wurde. Wir sind nur ein Faden darin. Und was wir dem Netz antun, tun wir uns selber an, auf diesem dritten Planeten des Sonnensystems. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Das ZDF wie das Tünft severliche Netzhang ist. Das Mitglied in der proverb, das ZDF für funk, 2017 und wird gespft und verakedet. soll das das Transport numero strik substantial werden. Und das diesem hier staße TransAND 110 Die Frage 2